er ist dann mal mega hart marcus ist geplatzt und war es wo ja mitten auf der straße im wasser in auaar das war eine schwere oder als mir behindert die schwere verkackt einfach hart zum anzahmen wir haben es an die einsatzschild ja ich hab schon als schild drauf vor die schwere nervt die die ganze besucht wie abzuschießen aber nicht trifft das ist ein schuss abgekriegt und zwar ab da kommt die sechste daher die hat mich noch mal getroffen die dritte nicht ist behindert ich versuche die ganze abzuschießen und trifft nicht was hast du drauf der panzerbrecher aber das meckweiler scheiße wo wo und entgegen ich komme auch vertreten dass wir den panzerminen und so ich drücke die ganze zeit kuh im armen arsch kuh immer weg irgendjemand hat den generator repariert boah ich könnte kotzen ja wir kommen nicht mehr raus wenn man kann hast du schild defuse schnell weg mach einfach schild weg ne hab ich nicht du musst die minute warten 40 sekunden dann kommst du da rein das ist alles ich habe aber nicht dran wo alter kommst du ja eh nicht rein ahm lightning wir kommen nicht raus und jetzt zu helfen wenn sie sterben setzt bomben dass wir reinkommen da haben wir meins handi im normalfall immer schild defuse das ist ein heavy was haben wir es an die was habe ich gesagt bombeacon dass er reinkommt vor uns natürlich ganz viel infanterie hinter uns es hat wenig gebracht mit schild defuse man ja bei gingen panzerbrechende kann es jetzt nicht aus der straße bombeacon dass er reinkommt das heißt als er ist dann nicht aber wir brauchen den dings wir brauchen jetzt an die er wird nix weil dann kann so brechen der leitling steht ja in fünf sekunden ist hier dann kann ich raus und ihn zerstören wir haben foto wir gehen jetzt raus und zerstören denn ich habe noch fünf schuss egal ich habe noch 28 super jetzt werde ich von irgendwas und der panzerkiller gejagt super er raucht schon ich auch wir haben verloren habe ihn zerstört markus ja der andere fährt er schon hinter uns immer noch die scheiß panzerkiller ah man ja vor der lip habe ich dich schon dreimal gewarnt du hast gemeint ne dies ist ja weggeflogen ja ja die setz geflogen darum hat sie dich jetzt getötet und mich auch weil sie weggeflogen ist also ich habe sie auf rotes leben runter geschossen hättest du einen einzigen schuss auf sie gebracht hätte ich sie getötet mit dem panzerkiller lebe ich nicht lange ich habe sie dreimal getroffen markus kannst du nicht abholen oder wird ne ich hole mal neuer sandi diesmal nehme ich äh äh lächst dich einfach mega lappig an ach was nimm halt n skyguard mit unserer fetze du hast doch n skyguard nimm skyguard ja ich hab skyguard und ich hab jetzt mein äh ding rausgeholt markus nimmst du pb dann nämlich einsatzschild äh sandi das ist doch einsatzschilder kann ich schon machen eine jahre einer besser gesertet nur nimmst pb und dann futurs geiger und dann sind wir einsatzdruck und ich hab hier defuse das ist halt auch noch ein vorteil was kommt denn was schießt denn da so komisch was kommt denn was schießt denn da so komisch was kommt denn was schießt denn da so komisch jetzt lässt er mal mega hart gehst du mal auf die lip ja ich bin aber gleich kaputt ja mal ein bisschen wieder gecheckt dass das lip kommt warst du schon wieder halbtot das ist tristello heilig oder auch nicht mein garner hat den gegner der dich kanzitieren wollte weg geholt ja gut er hindert jetzt ja noch mehr an dem stein was ja an dem stein sieh nix hinter dir ja ich war ja drüber wo ja mal kurz hast du ja nix gemacht und was wenn ah alle weg alter der flash ist ja behindert fährt voll gegen mich hehehe alter der ist voll in mich reingedonnert olig alter oh man Leute schaut doch wohin 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 achso ne weißt der läuft doch rückwärts lang weißt der und dann springt er auch noch ne leute fährt genau in mich rein alter nun müssen wir immer aufpassen wo wir hinfahren ey sondern die immer aufpassen wo wir hinlatschen wo wir hinlatschen ey ja Sven konnte aus nach Panzerminder und so ich fahr da jetzt ne Schilddiffuse rein fuck off nix ja was soll ich machen wenn meine Garno nicht spotten ich stand jetzt extra ne 20 Sekunden vor dem Schild und hab gewartet durch nix du komm 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 sugars wie dudes Protect 5 dabei geht meine Hand so 700 kost nach E rua die die M nicht so doch den scheiß an der Panzer-Terrain sowas was mich interessieren würde jetzt im Verteidigungskampf keinen Bock mehr anzugreifen habt ihr immer noch voll die mega geile KD? naja so mittelmäßig KD-gemäßig so naja ich hab 1,5 und jetzt werde ich wieder von den Verbündeten erschossen wo verteidigst du denn? weil er mir in den hinterkopf schießt what the fuck aus den lamba da lambda ne ich hab ne 28 28 fängt dich doch ich würde gerade dreimal von Verbündeten getötet jetzt ist meine KD nicht mehr so geil ach jetzt bin ich schon wieder jetzt lauf ich aus dem Spawnrum raus und kriege einen One-Hit von der Bulldog wir kriegen Sniper der hat mich schön in den Schädel extensions lang geschlossen Ich bin, glaube ich, direkt in seine Kugel reingelaufen. Achtung, in der Nähe befindet sich eine Schwere. Geht mir das Verein halten. Nein, ich werfe eine Restknade auf eine Schwere. Sie können das Ruder immer noch herumreißen. Ich habe gemeint, es ist einer von uns, weißt du... Äh, ich habe noch mal eine leichte. Äh, Leute, ihr solltet mal raus. Markus, wo wüsste? Ich bin da drin im... Gott, ich bin im Indy. Ah, warte, ich bin hinter dir, Markus. Bleib in Deckung, bleib in Deckung. Ist du in Deckung? Na, bist du nicht. Ja, bitte auch schnell. Oh, das kannst du in Medik suchen gehen. Ich bin schon tot, aber egal. Du gesagt, du sollst in Deckung bleiben. Bin ich doch geblieben, aber wenn die meinen Kopf abballern, weil die Scheißdinger nicht hoch genug sind, was ich zum Kotzen finde. Wenn du dich mal schnell in Deckung gehen kannst. Alter, warum fliegen meine Schüsse durch den Schwasten durch? Ja, den Schwasten ist es. Jetzt rennt den Scheißpunkt endlich ein. Ihr seid dreimal so viele wie die. Ja, Futurs. Bin nur direkt davor? Boah. Boah, Leute, rennt doch nicht in meinen Schüssen rein. Ihr Deppen, ey. Das sieht man, dass so fünf Leute reinrennen. Was machen die auch nicht in Form, ey. Alter, was schießt ihr auf mich, ihr Idioten? Ja, auch schon gemerkt, sie schütteln. Boah. Wir haben es grad geschafft, mich in der Base haben es die NC geschafft, nicht dreimal so oft durch Verbündete zu töten als durch Gegner. Kann mich jemand retten noch, so in 20 Sekunden? Nein, ich bin kein Medic, leider. Noch nicht. Jetzt hast du zu spät, äh, hast du zu spät. Bist zu spät gestorben. Zu früh. Zu spät, ne zu spät. What? Was ist das Ball? Ja, er ist zu spät gestorben. Warum ist er zu spät gestorben? Warst du grad noch Medic, oder was? Nein. Also. Der Schwere. Ich bin gespawnt und dann ist er gestorben. War ich schon draußen. Verpflegt mir deine Lips, Sven, Vorsicht. Ja, ich weiß, ich schieß schon, Osti. Genauso wie 700 andere. Markus, Vorsicht hinter dir, hinter dir, Markus, Vorsicht. Was? Was? Wegen? Ne? Oh, wir können wieder Grainstation verteidigen. Warum ist die Grainstation so kurz, ey? Ja, wir warten uns mal jetzt. Ja. Wironner, Stefanie. Wenner weiter?